Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüsse Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 4. Juni 2024. Voranzeige, heute schalten wir auf mein Interview mit dem Chef des Springer Verlags, Matthias Döpfner. Der Springer Verlag ist der grösste Zeitungs- und Medienverlag Europas. Und nicht nur das, der Springer Verlag hat auch erfolgreich den Sprung in die Vereinigten Staaten von Amerika geschafft. Matthias Döpfner ist mittlerweile auch Eigentümer dieses gigantischen Verlagsunternehmens. Er hat eine schwindelerregende Karriere hinter sich, angefangen als Musikkritiker, unter anderem bei der Weltwoche, dann schnell einmal aufgestiegen in Führungspositionen, Chefredaktor Die Welt, dann in den Vorstand und schliesslich zum Vorstandsvorsitzenden berufen beim Springer Verlag. Seit über 20 Jahren bekleidet er diese Funktion. Er ist auch im Verwaltungsrat von Netflix und von Warner Music. Davor war er bei Time Warner im Verwaltungsrat, also ein Unternehmer, ein Manager, eine Führungskraft, die europäische, deutsche, aber eben auch die amerikanischen Verhältnisse kennt. Und auch als Meinungsmacher und Kommentator tritt er immer wieder in Erscheinung. Nun hat Matthias Döpfner ein Buch geschrieben mit Herzblut, wie er sagt in unserem Gespräch mit grosser Leidenschaft, habe er sich das von der Seele geschrieben, der Freiheitshandel, warum Geschäfte mit Diktatoren unsere Demokratie gefährden. Ich habe ihn gefragt, warum dieser Aufruf zum Wirtschaftskrieg, was allerdings Döpfner dann vehement verneinte, ihm gehe es nicht um Wirtschaftskrieg, ihm gehe es um die Rettung von Freihandel und Demokratie. Schauen Sie sich das an, unser ausführliches Gespräch zu brenzligen Fragen der Gegenwart im Zusammenhang mit der Handelspolitik. Wie weiter mit Russland? Wie soll man mit China umgehen? Wie sieht das der mächtige Verlagsboss Matthias Döpfner im Gespräch mit Weltwoche Daily? Dann ein ganz interessantes Thema. Ich habe das auch in meiner schweizerischen Ausgabe prominent behandelt, aber das muss man hier noch einmal wiederholen, weil es von unseren Medien komplett ignoriert wird. Ja nicht nur das, sogar Facebook. Facebook hat das zensuriert. Worum geht es? Am letzten Samstag hat in Ungarn eine monumentale Friedenskundgebung stattgefunden. Und zwar nicht einfach ein paar tausend Leute, die da mit Regenbogenfahnen marschiert sind, sondern Hunderttausende von Ungarn sind auf die Strasse gegangen, in Budapest, entlang der Donau. Und eine grosse, programmatische, dramatische Antikriegsrede hat gehalten Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban. Er hat gesagt, wir lassen uns in diesen Kriegswahnsinn nicht hineinziehen. Die europäischen Eliten haben den Verstand verloren, was passiert in der Ukraine ist brandgefährlich, diese Eskalationen. Wir sind im Begriff, in einen dritten Weltkrieg hineinzuschlafwandeln, hineinzustürzen. Und dies, nachdem Europa mit zwei Weltkriegen sich bereits in den Abgrund hinein manövriert, hinein katapultiert hat, mit besonders schmerzensreichen Folgen für Ungarn. Nach dem Ersten Weltkrieg hat ja Ungarn zwei Drittel seines Territoriums inklusive mehr Zugang verloren. Und nach dem Zweiten Weltkrieg noch 1,6 Millionen Menschen. Die Nazi-Groyal haben dort gewütet und nachher haben sich die Kommunisten dort ausgetobt. 56 dann der Aufstand, ebenfalls blutig niedergeschlagen. Also eine fürchterliche Leidensgeschichte. Und wer, wenn nicht die Ungarn, wären da in der Lage, mit diesem aufwühlenden und eindrücklichen Friedensappell in Erscheinung zu treten. Und der sehr, sehr kritischen Rede des ungarischen Ministerpräsidenten, die sich in inhaltlicher Hinsicht weit geentdeckt mit dem, was ich mit Harald Kujat besprochen habe, dem ehemaligen NATO-General, der ja auch sehr düster auf dieses Geschehen da in der Ukraine blickt, der sinngemäss bilanziert hat in unserem Gespräch, dass der Westen hier schrittweise eskaliert, in der Hoffnung, dass Russland das nicht beantwortet. Die Russen hätten eine grosse Toleranzschwelle, aber irgendwann würde dann ganz kräftig zurückgeschlagen. Und er hat in diesem Zusammenhang auch die roten Linien referiert, die er sieht bei einem Wladimir Putin. Wo liegt die rote Linie? Das ist bei einer existenziellen Bedrohung Russlands. Und das wäre dann der Fall, und dann würde eben diese Nukleardoktrin greifen, das wäre dann der Fall, wenn eben russisches Territorium in Gefahr wäre, abgetrennt zu werden von der Heimat Erde gewissermassen. Und das wäre eine sehr fatale und für die Welt brandgefährliche Eskalation. Also auch Kujat hat hier stark warnend in Erinnerung gerufen, die Risiken und ins gleiche Horn, den gleichen Tenor angeschlagen hat da der Viktor Orban. Und nun hochinteressant, in unseren Medien konnten Sie darüber eigentlich gar nichts lesen. Als Kontrast allerdings der Gegenkandidat, der jetzt aufgebaut wird, auch von den Medien, der Peter Magiar, der gegen Orban Veranstaltungen, Kundgebungen durchführt. Da haben Sie riesige Berichte gelesen, als der vor einer Woche oder vor zwei Wochen ein paar tausend Leute begeistern konnte. Aber jetzt mit Hunderttausenden an diesem Friedensmarsch, da lesen Sie keine Zeile. Und Facebook hat die Rede von Viktor Orban gestrichen, von Facebook runtergenommen, von den Social Media. Müssen Sie sich das einmal vorstellen, es braucht eine Intervention der ungarischen Behörden, damit Facebook diese Rede wieder aufgeschaltet hat. Also das sind schon verrückte Zustände, die wir hier haben und eben gefährliche Zustände, denn sie zeigen, dass eine merkwürdige Mischung aus Schlafwandlerei, Verblendung, moralistische Überhitzung hier am Werk ist. Und eben die Eliten in einer Art kollektiven Kriegspsychose, in einer Kriegsekstase sich befinden mit unabsehbaren Risiken. Die gute Nachricht, allerdings auch das Vertragte, meine Damen und Herren, besteht eben darin, dass der Grossteil der Menschen, mit denen ich rede, auch in Deutschland, die finden das fürchterlich, die finden das ganz schlimm, auch in ihrem eigenen Land. Sie können das nicht nachvollziehen, dass ausgerechnet Deutschland, dieses Land der grossen Niederlagen in zwei Weltkriegen, dass ausgerechnet dieses Deutschland sich nun auf der europäischen Bühne da wieder hervortut, als Kriegsantreiber gegen das vermeintlich absolut Böse in Russland. Ich glaube nicht, dass das eine Politik ist, die eine Mehrheit der Deutschen teilt, aber weil eben die Stimmung dermassen verkrampft ist und weil sich da immer mehr Leute zurückziehen, weil sie sich da den Anfeindungen nicht aussetzen wollen, weil sie eine andere Meinung haben, da wirst du ja von den Medien regelrecht durch den Fleischwolf gedreht, haben sie eine Entkoppelung zwischen der offiziellen Politik gewissermassen und der Stimmung, dem Unbehagen in Deutschland. Und weil das immer mehr auseinanderdriftet, haben sie natürlich immer mehr Spannungen und wenn dann eben doch mal einer auftritt, auch in der Politik, der gegen diese Kriegshysterie antritt, dann wird er eben von Seiten der Medien und der Politik aufs Fürchterliste angeprangert. Da geht es eben dann nicht mehr darum, sachlich darüber zu diskutieren, was ist richtig, was ist falsch, sondern man redet dann nur noch über Gut und Böse. Ja, du bist einer der Guten, du bist einer der Bösen. Was sind diese ganz simpel gestrickten, gutmenschlichen Theorien, die dann ausgebreitet werden, letztlich diese moralische Selbstherrlichkeit, die da zelebriert wird. Das ist gefährlich, weil sie damit natürlich keine offene Debatte mehr haben. In Deutschland, da wird noch vieles einzurenken sein. Das grosse Thema, jetzt neben den Unwettern, da wird bereits nach Enteignungen gerufen, um entsprechende Sicherheitszonen zu gewährleisten. Und die Medien sind natürlich schnell dabei, dieses Wetterextremenereignis im Zusammenhang mit dem menschengemachten, angeblich katastrophischen Klimawandel in Verbindung zu bringen. Da kann ich einfach nur dagegenhalten. Nach meinen Informationen, ETH Zürich, also eine angesehene Hochschule, gibt es keinen Beweis, Es gibt nachweislich keine Häufung von extremen Wetterereignissen jetzt im Zusammenhang mit diesem Klimawandel, wird aber in den Medien trotzdem immer wieder behauptet und entsprechend natürlich auch da Stimmung gemacht. In Deutschland nun die grosse Debatte, inwiefern hier allenfalls durch Enteignungen mehr Sicherheit geschaffen werden könnte. Das grosse Thema aber, neben diesem Naturunglück, das wir jetzt gesehen haben, das grosse Thema ist der politische Islamismus. Und da ist es doch erfreulicherweise zu sehen, dass sich ein bisschen etwas bewegt, dass auch in den Medien da ein verschärftes Problembewusstsein da ist. Ich habe sogar irgendwo gelesen, dass nicht die Gefahr von rechts da das Gefährlichste sei, obwohl das die Bundesinnenministerin Nancy Faeser immer wieder bedeutet, sondern der politische Islam, der Islamismus, das sei die ganz grosse Sicherheitsgefahr in Deutschland. Und in der Tat, es mutet ja etwas skurril an, um es vorsichtig auszudrücken, wenn Sie auf der einen Seite einen Prozess haben gegen den Thüringer Politiker Björn Höcke, der alles für Deutschland gesagt hat. Und dies wird ihm nun ausgelegt als Nazi-Parole, völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Dafür wird er bestraft. Aber wenn Sie in Hamburg das Kalifat ausrufen wollen, die Steinzeitdiktatur, dann bekommen Sie sogar eine Bewilligung dafür. Oder jetzt, wie man erfährt, der 25-jährige Afghane, der mutmassliche Messerstecher von Mannheim, der sich hier seit 2013 auffällt, verheiratet ist, im Grunde abgeschoben werden müsste. Das sind doch Missstände, die viel akuter auch die Sicherheit bedrohen der Deutschen, wie wir jetzt auch gesehen haben. Und der tragische Tod dieses Polizisten in Mannheim. Das ist fürchterlich. Das ist ein Opfer der unkontrollierten Zuwanderung. Und die Politiker, das ist mein Verdacht, die reden natürlich nicht gerne über das, was sie selber da angerichtet haben, durch ihre falsche Migrationspolitik, vor allem auf der linken Seite. Die versuchen natürlich, andere Gefahren, andere Sündenböcke heraufzubeschwören. Da ist es die Aufgabe der Medien, die Sache im Sinne der Wirklichkeit wieder etwas zurechtzurücken. Das passiert augenscheinlich, wenn natürlich auch noch mit der typischen Zurückhaltung und Verkrampftheit, die heute die deutschen Debatten auszeichnet. Man spürt geradezu, wie befangen das Ganze ist. Man möchte auf keinen Fall etwas Falsches sagen. Grenzt sich da von diesem und jenem ab. Niemand möchte recht sein. Niemand möchte da. Also fürchterlich. Es wird einfach nicht offen. Es wird nicht klar geredet. In der Frankfurter Allgemeinen habe ich heute einen grossen Artikel gesehen. Das scheint mir auch wieder zeittypisch zu sein. Da beschäftigen sie sich kritisch vor allem mit dem Opfer Michael Stürzenberger, diesem Islamkritiker oder Islamismuskritiker, wie er sich selber bezeichnet. Und das war ja der Tenor in den ersten Momenten nach dieser Bluttat, dass man nur Negatives hat lesen können über diese Gruppierung, Pax, wie heisst sie, Pax Europea oder so irgendetwas. Einfach diese Gruppierung. Und als ob die gewissermassen das Problem sind, weil sie eben mit ihrer Kritik am Islamismus übertrieben hätten. Also eine fast schon Verdrehung der Täter- und Opferrolle hat da publizistisch stattgefunden. Das korrigiert sich jetzt. Und ehrlich, rückt das hier schon etwas ins Bewusstsein. Die Frage, die ganz konkrete Frage lautet nun, möchte, kann, will man so einen Täter, wenn er dem verurteilt wird, möchte man den auch abschieben in sogenannte unsichere Länder. Da gibt es ja auch die entsprechenden internationalen Vorkehrungen. Das ist jetzt die grosse Thematik in Deutschland. Waffenstillstand in Gaza. Wir lesen über ein Geheimabkommen. Die sollen sich da geeinigt haben. Die Israeli und die Palästinenser. Joe Biden, der amerikanische Präsident, habe da eine Art Friedensplan. Näher ist mir jetzt noch nicht bekannt. Wir werden sehen. Die NZZ heute Morgen, kein Tag ohne Kriegsparolen gegen Russland. Auch die NZZ, komplett in dieser Kriegsextase drin, das Schweizerische Blatt, das ja eigentlich die Neutralität verteidigen müsste. Aber das können Sie vergessen. Hier ist man voll auf NATO-Kurs, auf dem NATO-Trip. Und der Titel des Artikels, der mir heute aufgefallen ist, Frieden gibt es nur gegen Russland. Frieden gibt es nur gegen Russland. Nein, Freunde, Frieden gibt es nur mit Russland. Und unter Berücksichtigung auch russischer Interessen. Aber das ist ja auch verboten, von russischen Interessen zu sprechen. Denn diese ganze bescheuerte Formel da der Zeitenwende, so als ob es in der Geschichte Zeitenwenden gäbe. Es gibt doch keine Zeitenwende. Geschichte ist ein Fluss mit Ereignissen, die auf eine rätselhafte und mysteriöse Art und Weise aufeinander einwirken. Es gibt nicht einfach ein Blatt, das Sie umschlagen und dann ist es verboten, das Blatt wieder zurückzuschlagen. Da könnte ja einer noch auf die Idee kommen, die Vorgeschichte eines Geschehens in den Blick zu nehmen. Also Sie sehen, allein der Begriff Zeitenwende ist komplett verrückt. Und damit verbunden natürlich auch das Verbot gewissermassen hier, diesen Krieg anders als unter moralisierenden Kriterien zu beurteilen, gut und böse. Das führt eben nirgends hin. Wenn Sie immer moralisieren, dann hat das meistens nur zum Zweck, dass die, die moralisieren, sich als moralisch höherwertig positionieren wollen. Das ist eben der ganz falsche Ansatz, der da leider immer wieder in Anschlag gebracht wird. Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, da sind wir bei den wichtigsten Themen schon durch. Keine weiteren Aspekte. Schauen Sie sich an. Auf jeden Fall mein Gespräch mit Matthias Töpfner, der Freiheitshandel. Ein wichtiges Thema. Ich behandle das auch in meinem Editorial. Ich plädiere für Freihandel und gegen Wirtschaftskrieg. Ich glaube daran, dass die Marktwirtschaft auch eine subversive Kraft hat, die eben in auch autoritärer verfassten Systemen letztlich freiheitsbegünstigend wirkt. Natürlich ist der Freihandel, ist die Marktwirtschaft keine Letztversicherung gegen Despotie und auch nicht gegen Krieg. Das haben wir vor dem Ersten Weltkrieg gesehen. Aber jeder Krieg, jede Despotie fängt damit an, den Freihandel zu beseitigen und die freie Marktwirtschaft zu beeinträchtigen. Deshalb ist es, glaube ich, heute wichtig in diesen Zeiten der Frontenbildungen, dass man eben immer wieder daran erinnert, wie wichtig der Freihandel ist, auch für den Wohlstand. Zusammenarbeit statt Krieg, Frieden statt Kriegswahnsinn und in diesem Zusammenhang natürlich auch die grosse Rede von Viktor Orban. Meine Kollegen werden diese Rede sicherlich dokumentieren auf unserem Online-Kanal. Aber es ist schon bemerkenswert, wie so etwas einfach aus dem öffentlichen Bewusstsein rausgeknipst werden soll. Und das allein zeigt Ihnen doch, was für eine bedauerliche Schlagseite mittlerweile viele unserer Medien haben. Da ist man also immer wieder gefragt, Gegensteuer zu geben, das Ganze etwas auszubalancieren. Das versuchen wir ja in dieser Sendung. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war es von Weltwoche Daily. Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag und viel lehrreiche Unterhaltung mit den Angeboten, Programmen, Artikeln, Texten der Weltwoche online oder in gedruckter Form. Bis bald. Ich melde mich zurück.